Musik Herzlich Willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Bart! Bart! So, wir haben hier ganz viele leckere Sachen. Sirup und Brötchen. Das Brötchen ist so alt, dass es sich wie ein Stein anfühlt. Mh, lecker. Und Pfannkuchen haben wir auch. Ich habe schon eines dieser Antikbrötchen. Vielen Dank. Antikbrötchen? Ich will nicht noch so einen klebrigen Pfannkuchen in meiner Tasche. Aha, man nimmt nur einen auf einmal. Und dann reden wir mit den Menschen. Mit Bert. Mit Bert. Hallo Bert. Wie lange sind Sie schon im Filmgeschäft? Eine Menge Jahre, Kumpel. Eine ganze Menge Jahre. Vorher war ich in der Armee. Da dachte ich mir, du riskierst dir jeden Tag deinen beschissenen Hals. Da kannst du auch gleich Knete mitmachen. Und da wurden Sie Stuntman? Einfach so? Nee, natürlich nicht. Ich musste das erst mal lernen. Hä? Ah! Wie lernt man denn, ein Stuntman zu werden? Erst haben Sie mir gesagt, ich soll mich mitten auf die Straße stellen und dann haben Sie mich überfahren. Direkt drüber. Mein verdammter Auto. Einfach so. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich war auf die Motorhaube rauf und hinten wieder runter, bevor ich überhaupt richtig mitgekriegt habe, dass er nicht anhält. Dann haben Sie mich noch ein bisschen die Treppen runtergeworfen und mir mein Diplom gegeben. Was? Ach so läuft das. Karol Climax gearbeitet? Wie meinen den Dachshund? Karol Climax. Können Sie aber annehmen. Meine verdammte Prinzessin, Kumpel. Ich habe gehört, sie sah sehr gut aus. Hat sich auch benommen wie eine, weißt du? Hier war es befohlen, da war es verlangt. Haben Sie jemals Bertrand Aubier kennengelernt? Kennengelernt nicht? Nee. Ein paar Mal gesehen habe ich ihn. Mochte er nicht, wenn seine Frau in Filmen auftrat. Ach so? Glauben Sie, dass Aubier seine Frau umgebracht hat? Ach stimmt. Der weiß das gar nicht. Wenn es so wäre, obwohl es gibt ja eine Menge Leute, die sie abgemolkst haben könnten. Ich dachte, ihr Publikum liebte sie. Nee, nee, es war doch Ding. Der Karte nackt. Kannst du jetzt zugehen? Möchten Sie ein Brötchen? Bloß nicht. Das letzte, das ich probiert habe, hat mir fast die Füllungen gezogen. Gut. Sirup? Möchten Sie vielleicht etwas Sirup auf Ihre Pfannkuchen? Nee, danke Kumpel. Muss auf meine Linie achten. Pfannkuchen? Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Nein, danke Kumpel. Hab reichlich hier. Na gut. Nein. Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Nein, danke Kumpel. Hab reichlich hier. Okay. Möchten Sie noch einen Pfannkuchen? Haben Sie sowas hier schon mal gesehen? Nein. Was ist denn das, Kumpel? Eine Steinaxt? Nein, nur ein poliertes Stück Stein. Sehr nett. Wirklich hübs. Bisschen aufmotzen, dann bekommst du sogar ein paar Kröten dafür. Lippenstift? Was halten Sie von diesem Lippenstift? Oh, sehr nett. Räher Pusch. Ich dachte, das heißt scheußlich. Ich war doch nur ein bisschen sarkastisch. Sieht doch aus wie eine Hautkrankheit, das Zeug. Gut. Gut. Okay. Hallo. Kameramann. Ja, den kann man nicht hören. Nein. Weiß ich nicht. Ja, da arbeitet eh keiner. Hi, ich bin George Stobart. Ich heiße Harris, aber die meisten nennen mich Flash. Flash? Sie sind der Kameramann, richtig? Das stimmt, auffallt. Warum nennt man Sie Flash? Waren Sie früher mal Fotograf oder so? Nö. Ich beschloss nicht weiter nachzufragen. Ich beschloss nicht weiter, was ich vom Kameramann wissen will. Gut. Fein. Hallöchen. Ja, die kommt kein Mann. Ab, so Niki. Hallo, ich bin George Stobart. Oh, hallo, Hübscher. Du bist aber niedlich. Ich wünschte, du würdest die männliche Hauptrolle spielen, statt dieses Bürschchens. Ich kann nicht schauspielern, Madam. Na und? Ich wette, du kannst küssen. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich diese Unterhaltung mit einem echten Filmstar führe. Ah. Wie fühlt man sich so, wenn man das Rampenlicht mit einem Schauspieler teilen muss, der jung genug ist, dass er ihr Sohn sein könnte? Boah. Was soll das heißen? Oh, das war nicht so gut. Welche Rolle spielen Sie? Gnaden, Babsi. Die Gnadenlöse und Leidenschaftliche Freibeuterin ist eine prima Rolle. Ich komme viel zum Küssen und ich kann Leute in den Arsch treten. Gefallen dir die Stiefel? Hm. Ist okay. Lippenstift? Hätten Sie gerne diesen Lippenstift? Sehr nett von dir, Süßer. Aber ich bevorzuge Scharlachrot. Mhm. Hm. Brötchen? Mö. In Ordnung. Oh. Warte mal. Hox beobachtet mich. Lass es ihn nicht sehen. Oh oh. Er schaut genau zu mir rüber. Was ist los? Egal. Steck nur das Brötchen weg und tu so, als hättest du gar nicht mit mir gesprochen. Nö. Was halten Sie hiervon? Bäh. Das ist ja scheußlich. Sie haben ja keine Ahnung, wie weit Sie gerade in meiner Achtung gestiegen sind. Mhm. Haben Joe mal das gesehen. Das ist doch nur ein Stück Stein, in das jemand ein Bildchen gekratzt hat. Tja, in gewisser Weise schon, ja. Sie haben nicht zufällig irgendwo etwas ähnliches gesehen? Nein. Hm. Ich habe hier mein Rohr. So auf der anderen Seite der Insel gefunden. Toll. Wirklich? Ja. Und ich habe damit einen vergifteten Pfeil auf einen wilden Eber abgeschossen. Das war Leben. Echtes Abenteuer. Nicht nur eine Filmszene. Ja, ja. Ja, ja. Probleme mit dieser ganzen Theorie von wegen, das wirkliche Leben ist kein Film. Äh, ja. Na gut. Hier, Guybrush-Tribble. Ja. Hallo, Junge. Ja. Hallo, George Stobart. Aha, ja. Haiku McEvan. Heißt du wirklich Haiku? Ja. Ja. Das war die Idee meiner Mutter, okay? Als ich geboren wurde, war ich sowas von dermaßen klein und perfekt geformt, dass ich sie an ein japanisches Gedicht erinnert habe. Aha. Na ja, es hätte schlimmer kommen können. Stell dir bloß mal vor, sie hätte dich Limerick genannt. Das ist mein zweiter Vorname. Oh. Wolltest du schon immer Schauspieler werden? Ich nenne das, was ich hier tue, nicht Schauspielerei, Mann. Da bist du nicht der einzige Freundchen. Hä? Ich sehe es mehr so, dass ich die Stimme meiner Generation bin. Was ich sage, das sage ich für die Kids auf der Straße. Na, natürlich. Texte wie, ich bin Müll, ich habe keine Zukunft. Hä? Was redest du denn da, Mann? Was? Stobart, gehen Sie aus dem Set. Alle Mann auf Ausgangsposition. Ich hole einen Malblock und erkläre es dir später, Haiku. Oh, jetzt kommt die Szene. Haiku, Baby, bist du soweit? Okay, Mann. Welche Szene ist das jetzt? Du bist von Silvers Komplizien gefangen genommen worden. Von Piraten-Babsi, die sich in dich verliebt hat. Okay, Leute. Geht los oben auf Seite 76, Sharon. Was ist mit meinem großen Monolog? Ist gestrichen. Alle Mann fertig? Kamera läuft. Kein Don. Nee. Korrekt. Ruhe im Set. Okay. Stöder, ich kein Don. Oh ja, bitte. Und Action. Warum vergisst du nicht den blöden alten Squire und seine Hampelmänner? Siehst du denn nicht, dass wir füreinander geschaffen sind? Ich weiß. Aber der Squire Trelawney hat mein Leben gerettet, Captain Babsi. Also, wenn der da nicht gewesen wäre, dann hätte mich dieser riesen Tintenfisch aber sowas von dermaßen zur Sau gemacht. Aber jetzt hält er dich für einen Verräten. Er hat dich aus der Palisadenfestung ausgeschlossen, Jimbo. Ach was, so ein Sechs-Meter-Zaun kann vielleicht Silversmänner aufhalten. Aber mich kann das Ding doch sowas von nicht beeindrucken. Oh, Jimbo. Oh, nein. Und Schnitt. Das schwere Atmen war gut, Sharon. Kinderspiel. Bin doch ein Profi. Ja, gut. Fein. Hast du das schwere Atmen auch drin, Flash? Hab ich doch immer, Boss. Wir hätten diesen Streifen in 3D filmen sollen. Ohne Ton. Ohne Ton. Heiko, du warst großartig. Wir machen jetzt gerade den Stunt klar. Also schnapp dir so lange ruhig einen Happen zu essen. La, 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 la. La, la, la. Okay. Savage, ins Set verdammt nochmal. Aha. Sehr, sehr ähnlich sieht der aus. Ja. Was? So, zu uns beiden Hübschen. Geh, die weg. Ah, ja. What? What? Bitte was soll ich? Planke, Salto, Palisaden. Drüber weg. Ganz leicht. Das könnte jedes Kind... In meinem Alter? Sie scherzen wohl. Ich könnte sie leicht ersetzen, Savage. You. Durch einen arthritischen Gorilla. Was? Ha, mich ersetzen. Hören Sie doch auf. Das hier könnte der letzte Stunt sein, den ich je mache. Ich muss erstmal drüber nachdenken. Mich in die richtige Stimmung bringen. Eine Selbstmordlaune wäre dem Stunt angemessen. In Ordnung tun Sie das. Wir machen so lange Mittagspause. Oh, prima. Ich bin am Verhungern. Bleiben Sie genau da hocken, Savage. Und gehen Sie in sich. Das ist ein wahnsinniger Verklemmung. Ei, ei, ei. So, hier ist ein Busch. Ne, ein bisschen weiter rechts. Ach so. Okay. Als ich mich dem Busch nähe, beginnt ihn ärgerlich zu summen. Oh oh. Ah. Ah. Ich habe mal irgendwo was gelesen, dass man da was reinschmeißen soll. Ich glaube... Oh, nee. Oh. Gefällt den Hornissen gar nicht. Hi, hi, hi. Oh. Mehr meine... F9. Na so. Das bringt's nicht. Herzlich Willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Bart. Bart. So. Wir haben hier ganz viele leckere Sachen. Sirup. Und Brötchen. Hm, lecker. Und Pfannkuchen haben wir auch. Ich will Ihnen ja keine Angst machen, aber in dem Gebüsch da drüben klingt ein Hornissen-Nest. Hornissen? Ah, das erinnert mich an einen Film, in dem ich mitgemacht habe. Und dann reden wir mit den Menschen. Mit Bert. Mit Bert. Hallo Bert. Wohl etwas vor deiner Zeit, schätze ich. Was passiert denn da drin? Tja. Warte mal. Oh. Was passiert nicht da drin? Ich wurde erschossen, erstochen, an Piranhas verfüttert, hing unter einem Fesselballon und wurde von einem Zebra-Platt getrampelt. Nein, ich meine, was war die Handlung? Wie Handlung. Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Oh, da sag ich nicht, nee. Ah. Mein Gott. Von dem Pfannkuchen tropft Ahornsirup wie ein Wasserfall über Berts Doppelkinn. Hey, Mist. Du hast ja Sirup auf die Pfannkuchen getan. Und jetzt bin ich ganz eingesaut. Ah, das ist so. So läuft das. Karol Climax. Karol Climax. Gefällt den Hornissen gar nicht. Kamera ab. Sie muss einfach gut werden. Ach so. Ach, stimmt. Der weiß das gar nicht. Das war brillant, Leute. Nee, nee, es war doch Dingens. Der Kasa-Kras. Der hat es jetzt zugegeben. Okay. Die nächste Szene spielt unten am Strand. Das ist die Szene, wo Hawkins den Schatz in der Krebshöhle findet. Sind das zufällig riesige Killer-Krebse? Riesige mutierte Killer-Krebse und tierisch schlecht drauf. Da ist er, der Felsen, den ich vom Kaminhocker aus gesehen habe. Hier aus der Nähe kann ich eine kleine Höhle nahe bei der Spitze der Säule erkennen. Na gut. Nein. Okay. Möchten Sie noch ein Pfannkuchen? Nein. Hey, Sie! Störenfried! Wer? Ich? Der Kuchstift? Ich will, dass Sie da bleiben, wo ich Sie im Auge behalten kann. Ich bin keiner Ihrer Lakaien, Hawks. Ich gehe, wohin es mir passt. Aber nicht hier, Freundchen. Die Filmgesellschaft hat diese Insel für die Dauer der Dreharbeiten gemietet. Sie sind unerlaubt hier eingedrungen. Also tun Sie, was ich Ihnen sage, oder? Aber Sie fliegen raus. Aber den kann man nicht hören. Nein. Ich weiß nicht, da arbeitet eh keiner. Was halten Sie von Haiku McEvan? Was gibt es da groß zu halten? Der Kleine hat wahrscheinlich in der Pubertät mehr verdient als ich im ganzen Leben. Ich wünsche ihm viel Glück. Okay. Ich habe mich mit Mr. Savage unterhalten. Ich habe mich mit dem Stuntman. Ja, ich konnte mal ab zur Nicky. Er hat nur wirres Zeug geredet. Klar, der ist Engländer. Warum drehen Sie nicht in der Höhle, oben in den Felsen, am Ende des Strandes? Wir haben keinen Stuntman mehr. Hey, ich mache den Stunt. Danke für das Angebot. Aber wenn Sie runterfallen, verklagen Sie uns doch. Ich doch nicht. Haben das alle gehört? Ach, hey, das war sehr offensiv. Das langt. Dann sind wir abgesichert. Irgendwelche Vorkenntnisse? Todesmutige Sprünge, verzweifelte Faustkämpfe, Explosionen um mich herum, was immer Sie brauchen. Okay, Leute, Bewegung. Wir drehen die Szene am Ende des Strandes. Das war die Szene. Nein, tun wir nichts. Die Kamera hängt immer noch hier fest. Piratenpumsabstum. Okay. Wie heißt der Film? Soll das ein Scherz sein? Nö. Das ist die Schatzinsel. Lippenstift? Das einzige Buch, das ich zweimal gelesen habe. Ich kann mich gar nicht an Mädchen in der Schatzinsel erinnern. Ich muss an die Besucherzahlen denken. Die Leute mögen sowas. Welche Erinnerungen haben Sie denn sonst noch so an der Story vorgenommen? Nur ein paar kleine Details. Sie haben doch wohl Long John Silver. Stellen Sie meine Integrität als Künstler in Frage? Natürlich ist Silver noch drin. Wir haben sogar Captain Flint beibehalten. Und seinen Papagei. Seinen trainierten Kampfhalten. Warum glauben Sie, ist der blinde Krüppel blind? Sagten Sie, Sie haben das Ende der Geschichte umgeschrieben? Stimmt genau. Wie ich schon sagte, es würde dem guten alten Robby Stevenson gefallen. Finden Sie den Schatz? Ja. Aber erst später, nachdem Sie aus dem Vulkanausbruch entkommen, sind ein Vulkan? Klar, Krakatoa. Da vergeudet man so viele Millionen für einen Film und keiner denkt mal dran, einen Atlas zu kaufen. Ich habe hier mein Rohr. Das ist toll. Ich gehe eher selten ins Kino. Himmel, das ist der heißeste Teenie-Star in Hollywood. Darum haben wir ja so einen knappen Terminplan für diesen Dreh. Wir müssen die Nahaufnahmen im Kasten haben, bevor er in die Pubertät kommt. Sie sehen nicht so fröhlich aus. Warum sollte ich fröhlich sein? Da soll angeblich der Schatz versteckt sein. Und? Schauen Sie doch hin, die Höhle ist Müll. Sieht so vielleicht ein Ort aus, wo irgendwer seinen Schatz verstecken möchte. Ich hätte mir zu den Bühnenbildern eine richtige Höhle bauen lassen sollen. Eine cinematische Höhle. Was meinen Sie mit cinematischer Höhle? Eine mit Dramatik. Gefahr. Eine, die aussieht wie der Mund eines riesigen Steinschädels wäre cool. Aber ich wäre ja schon mit Dramatik und Gefahr zufrieden. Oh. Wer ist die weibliche Hauptrolle? Erkennen Sie sie nicht? Das ist Sharon Kowalski. Oh, stimmt. Tja, habe ich noch nie von gehört. Sie wissen doch, wie die Einheimische diese Füße nennen, oder? Nein, aber ich schätze, Sie werden es mir verraten. Natürlich. Insel der Zombies. Zombies? Ein verrückter Glanz beginnt in seinen Augen zu leuchten. Holt mir die Drehbuchautoren, die Maskenbildner zu mir. Ich will Zombie-Piraten in diesem Film besuchen. Oh, jetzt kommt die Szene. Tag, Bert. Sag bloß nicht Tag zu mir. Du bist mir ein schöner Freund. Was ist denn los? Hä? Wie ist das so, mit Kartenhawks zu arbeiten? Ein verdammtes Elend, Kumpel. Hören Sie, Bert, was ist los? Du hast vielleicht Nerven, du. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Du hast mir den Pfannkuchen nur gegeben, damit die Hornissen auf mich losgehen. Aber Bert, sowas tut mir doch auch weh. Wie können Sie sowas auch nicht denken? Ganz einfach. Indem ich mir die Beweise ansehe. Schön hier, ich kein Tod. Ich weiß ja sowieso nicht, warum Sie immer noch Stuntman sein wollen. Weil das alles ist, was ich kann, oder? Wenn ich das nicht mache, was mache ich denn dann? Wie wäre es mit einem Job als Stuntkoordinator? Was denn das? Sie stehen einfach rum, so mit dicker Wacke und Baseballmütze und erzählen den Stuntleuten, was sie tun sollen. Keine Wapsi. Kann ich denn sowas? Hey, Sie machen diesen Job seit Jahren und leben immer noch. Das muss doch gut sein für die Arbeitsmoral. Nö, also ich weiß nicht. Sie kennen ein eigenes Megafon. Ich mach's. George Stobbert, internationaler Abenteurer, Halsbrecher, Waghals und freibeutender Berufsberater. Bei welchen Filmen haben Sie denn so mitgemacht? Kennst du noch dieses Ritter des 10. Grades? Der psychotische Biker, der in den Schulbus gewandt ist? Das war ich. Oder was ist mit, Sie beteten zu Satan? Ich war der Typ in der Krankenhausszene. Du weißt doch, der da anfing zu brennen. Und dann durch das verdammte Dachfenster fiel. Ich glaube, die habe ich im Kino verpasst. Es muss doch cool sein, so durch die Welt zu reisen. Ohne Ton. Ohne Ton. Meine Beryl liebte die See. Freien Tag in Clackton. Echt wuchtig. Bisschen Aalen-Gelee runterspülen mit einer Flasche Blöckstoff. Ründchen abzocken und beim Bällchen hüpfen. Und dann die Stadt aufmischen. Natürlich, damals konntest du mit einem Zehner die Nacht noch wie King Louis leben. Tombola, schaumige Tast Kaffee auf der Uferpromenade. Wissen Sie, irgendwie habe ich nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie da reden. Ich habe eine prima Idee. So, so, beiden Lischen. Gehen Sie sich nicht als Jim Hawkins und klettern Sie dieser Höhle da oben. Gehen Sie weg! Welche Höhle? Die Höhle da? Du hältst mich wohl für bescheuert. Hat mir einen Rücken verknackst, als mich diese Harnissen über die verdammten Palisaden gescheucht haben. Keine Chance, dass ich da raufklettere. Naja, das schränkt die Auswahl etwas ein. Hey, Haiku! Tch. Wett. Ja, oh Mann. Du spielst Jim Hawkins, stimmt's? Jimbo. Ich habe Mr. Hawks den Namen ändern lassen. Jimbo Hawkins. Okay. Ich mache vielleicht keine Millionen Dollar im Monat. Und hinter meinem Körper hecheln auch nicht tausende von willigen, wenn auch unkritischen jungen Frauen hinterher. Aber dafür habe ich was, was du nicht hast. Dieses kleine Stückchen Kohle. Mann, jetzt kommst du mir aber reichlich komisch. Ei, ei, ei. So, hier ist ein Busch. Ne, ein bisschen weiter rechts. Achso. Okay. Oh, oh. Ah! Ich habe mal irgendwo was gelesen, dass man da was reinschmeißen soll. Ich glaube... Stimmt's? Oh! Hey, weißt du, das ist gar keine schlechte Idee. Oh! Mehr Brötchen! Ich habe keine Ahnung, wie man mit einer Kamera umgeht. Ich pack da so Sirup rein. Ja. Oh, nein! Ich habe mich mit dem Kameramann unterhalten. Er hat eine tragbare Kamera. Und? Dann können Sie doch in der Höhle in dem Felsen hinten am Ende des Strandes drehen. Äh. Das ist die dramatischste Höhle, die ich je gesehen habe. Wir haben keinen Stabilisierungsgurt dafür. Die Kamera würde wackeln. Ah, dann sehe ich die gleiche. Der Griff ist etwa ein Stabilisierungsgurt, als er The Birth of a Nation gedreht hat. Sie haben recht zum Henker. Hitchcock, Wells. Keiner von denen brauchte sowas. Ja, genau. Und Sam Raimi stabilisierte seine Kamera auf einem Brett. Requisite, besorgt mir ein Brett. Wir schreiben Filmgeschichte. Ganz heiße Kiste. Wir machen einen Cinema Verité Piratenfilm. George, ab in die Maske. Wir machen aus ihnen einen Star. Schon unterwegs. Oh, nein. Oh, super. Haha. Ich wäre soweit, Mr. Hawks. Yeah. So. Uuuh. Ja. Tja. Da sagen wir jetzt gar nicht zu. Wir sind ein Wünschen für die Honnisschen. Uuuh. Es ist der Stein, den Ketsch von den Spaniern erbeutet hat. Der Adlerstein. Oh, nein. Ich komme nach Caramonte zurück und erfahre, dass George bei Concha eine Nachricht für mich hinterlassen hat. Er ist schon unterwegs zum Indiodorf, also muss ich mich beeilen, um ihn einzuholen. Als ich dort ankomme, finde ich eine Stätte der Verwüstung vor. Was? Was war das denn? Okay, die ist auch tot. Ach. Ah. Mutierte Killerkrebse. Ah. Na gut. Das ist der Laufsteher. Ja. George, wo steckst du? Okay. Titipoko. Ich bin fast froh, dich zu sehen. Oh. Ich? So, nochmal zurück. Du kleines Arschloch. Was ist hier passiert? Warst du daran schuld? Oh. Und wo ist George? Hast du ihn gesehen? Oh. Er zeigt auf die qualmenden Überreste einer Hütte. Oh. 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 Vielen Dank.